Musik Und zwar werde ich heute in Kontrollern waren Mann, das kann doch nicht sein! Freunde, das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig heftige Sache, Freunde. Ihr wisst natürlich Bescheid, das Ganze ist eine kleine Parodie auf den ein oder anderen gewissen YouTuber Der das tatsächlich ernst genommen hat. Und ihr seht, ich werde heute hier in 50 Kilogramm kaputten Kontrollern waren. Das sind gute Pferde, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Das heißt, wenn ich mehr dieser Trends parodieren soll, ich meine natürlich völlig ernst hier nehmen soll. Und ich würde sagen, dann starten wir gleich rein. Ich bin echt gespannt, wie sich das anfühlen wird in so einer Badewanne mit kaputten und auch heilen Controllern. Ihr habt es ja gesagt, ich soll meine Kontrollern, die kaputt sind, noch ein bisschen wiederverwerten. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. So, Freunde, ich habe jetzt blank gezogen und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in die Badewanne. Ich werde jetzt hier in den Kontrollern waren. Das ist auf jeden Fall ein richtig heftiges Erlebnis. Und sowas gab es auf YouTube auch noch nicht. Das ist eine super innovative Idee hier von mir. Ich würde sagen, nehme ich euch mal mit. Rein in die Badewanne. Das wird so heftig. Das fühlt sich jetzt schon richtig krass an. Das fühlt sich jetzt schon richtig, richtig krass an. Oh mein Gott. Alleine die Badewanne, wie die sich schon anfühlt. Das ist so, so excited bin ich. Das ist mega krank einfach, wie sich die Badewanne anfühlt. Okay, ich mache jetzt mal einen ersten Versuch. Wenn ich mich jetzt so langsam reinsetze. Okay, okay, okay. Und wie fühlt sich das Ganze an? Oh mein Gott, das ist so ein krankes Erlebnis, ne? Ich bin am ganzen Körper am Zittern, ey. Absolut, das habe ich echt noch nicht erlebt, Alter. Krass, Alter. Mein Gott, es wird so heftig. Komm, tu mal, Alex. Komm, oh mein Gott. Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, Alter.